Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Morning Meeting und Live Trading der Markteröffnung mit Jens Glatt. Mein Name ist Nelson Cardosoneto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und CapTrader. Ich will gar nicht so viele Worte verlieren, aber bevor ich zum Jens weitergehe, einmal natürlich wie immer den Risikohinweis. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nichts, was heute vorgestellt wird, als Empfehlung verstehen und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig an der Stelle und ja, dann leite ich auch direkt schon an Jens weiter. Guten Morgen Jens und bin gespannt auf deine Ausführungen heute zum Markt. Ja, das bin ich auch in der Tat. So, jetzt müsstest du mal mein Bildschirm sehen. Ich habe auch nochmal die Slide und auch gleich den Risikohinweis nochmal. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wir sind weiter vom Glück geküsst, möchte ich sagen. Es gab schon die eine oder andere Vorstellung mal, Webinare, die ich in der Vergangenheit gehalten habe. Besonders, wenn man so rund ein Jahr zurückschaut, da war es doch sehr, sehr ruhig am Markt. Volatilität ist nahezu komplett ausgetrocknet gewesen und die Zeiten sind vorbei. Ich hatte heute Morgen, glaube ich, eine Statistik gelesen, wo wir, ich weiß gar nicht, fast 100 Tage, müssen es gewesen sein, die genauen Zahlen kann ich nicht mehr ändern, wo wir fast 100 Tage auf eine einprozentige Bewegung wieder warten mussten, seit den sehr starken Turbulenzen im Februar diesen Jahres im US-Equity-Bereich, also im US-Aktienmarkt. Und jetzt haben wir solch eine Bewegung in vier von fünf Tagen zu sehen bekommen, wenn ich das jetzt richtig mich erinnere. Fakt ist auf jeden Fall, wir sind auch weiterhin sehr volatil unterwegs. Ich habe gestern Abend auch noch mit Freude, ehrlich gesprochen, die Entwicklung am US-amerikanischen Aktienmarkt verfolgt, beobachtet. Und das Tolle ist, dass wir das aus diversen Gründen heute nochmal aufgreifen wollen. Unter anderem auch um den Handelsansatz, den ich hier vorstellen werde, ausgehend von wo wir jetzt gleich die Markteröffnung im DAX attackieren werden. Ich habe schon einen Trade offen, den habe ich laufen, das ist eine saisonale Geschichte. Dazu habe ich mich auch gestern Abend entschieden. Auch dazu werde ich noch ein bisschen was sagen. Das normalerweise ist ein Systemansatz, aber nichtsdestotrotz habe ich da eine diskretionäre Intervention, wie man das verstehen kann, wie gesagt. Das werde ich gleich mal ganz kurz erklären. Und ja, ich habe das ausgehend, wie gesagt, von den Entwicklungen des gestrigen Abends eben noch gemacht. Oh, bevor, jetzt sehe ich gerade, ich habe noch eine zweite Slide, eine dritte Slide hinten dran. Das ist nochmal der Hinweis, wir werden gleich im Laufe des Webinars auf eine Webseite gehen. Das ist eine Buch-Webseite. Und zwar scheint am 3.12. mein Buch im Finanzbuch Verlag. Der ist nochmal an mich herangetreten. Ich habe schon eins mal zum Thema Forex Trading geschrieben und fand das total super. Das war eine super Erfahrung. Und ich dachte mir, damit ist es das gewesen. Und dann ist der Finanzbuch Verlag jetzt vor kurzem, also vor kurzem, vor anderthalb, zwei Jahren ungefähr, nochmal an mich herangetreten und fragte, ob ich nochmal Interesse hätte, ein Buch zu schreiben. Denn das erste war so ein riesiger Erfolg, ausgehend von Verkaufszahlen und so weiter. Und ich habe mich erst so ein bisschen gezielt, habe dann aber schlussendlich doch eingeschlagen. Und das ist das Werk, was jetzt am 3.12. eben veröffentlicht wird. Bewegt zur profitablen Handelsstrategie. Einige Gedanken daraus haben wir bereits in der Webinarserie hier mal präsentiert, mit FX Flat und Cup Trader zusammen. Und einige Gedanken, die wir jetzt auch gleich live unter realen Marktbedingungen sehen werden, die finden sich auch dann detailliert nochmal beschrieben, ausbeschrieben, eben entsprechend im Buch. Der Webseite findet man unter anderem Monte Carlo Simulator, mit dem werden wir gleich noch ein bisschen arbeiten. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Herangehensweise, weil wir haben einfach zwar ein Buch, und das wird viele, werden das kennen, es gibt sehr, sehr gute Literatur. Nichtsdestotrotz ist es immer so, du kaufst dir das Buch, liest das Buch und das war es dann. Und ich habe mir überlegt, wie kann man das zu einer wirklich guten Lernen, zu einer sehr guten Lehrerfahrung machen, Lernerfahrung machen. Was hat sich da bei mir bewährt? Und es ist dann eben so, dass ich, wenn ich die vermittelnden Inhalte aus einem Buch gleich, also aus einem Sachbuch natürlich, jetzt sagen wir mal nicht von Romanen, aber, wenn ich die gleich in der Praxis anwenden kann, dann ist einfach ein wesentlich besserer Lerneffekt noch gegeben. Und in dem Zusammenhang kam dann die Idee, eine Webseite für das Buch einfach aufzusetzen, mit ein paar Informationen rund um das Buch, aber ganz besonders eben mit dem Fokus, die vermittelnden Inhalte aus dem Buch eben in der Praxis anwenden zu können. Monte Carlo Simulation und auch das Erstellen von einem Trading psychologischen Profil. Wie gesagt, darauf gehen wir dann gleich ein. Man kann auch über die Webseite das Buch vorbestellen. Dann bekommt man es, wie gesagt, ab dem 3.12. eben entsprechend über Amazon sehr wahrscheinlich geliefert. So, und jetzt switchen wir rüber in den Markt und man sieht, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar ein Order-Fenster und da können wir jetzt, just in diesem Moment, weil nämlich 9.05 Uhr ist, können wir die Order platzieren. So, und jetzt sieht man aber bereits, das ist nicht nur eine Order, also beziehungsweise ein möglicher Trade, der sich da eventuell abzeichnet, sondern ich habe auch noch einen zweiten schon bereits laufen. Das ist, wie gesagt, ein Trade basierend auf einem automatisierten Ansatz, der darauf abzielt, eine, ich nenne sie jetzt mal, Tagessaisonalität zu traden. Also sprich, man kann ausgehend von einem gleitenden Durchschnitt eine Tendenz ableiten, wie wahrscheinlich es ist, dass der Markt einen Up- oder einen Down-Day hat. Es ist kein Keks, kein Scherz. Also es gibt wirklich eine Möglichkeit zu sagen, wenn der DAX in Relation zum EMA 40 in dem Fall tradet, auf Tagesbasis ist das, dann besteht die Möglichkeit zu sagen, ob der nächste Tag eher aufwärts oder eher abwärts gerichtet ist. Und das ist tatsächlich so, dass Montag, Donnerstag, Freitag sogenannte prozyklische Tage sind. Also das heißt, wenn wir unterhalb des 40er EMAs traden, wie wir es aktuell tun, das ist die blaufarbene Linie, dann ist das tendenziell eher ein Down-Tag. Das heißt also prozyklisch bedeutet, wir handeln unterhalb des 40er EMAs, also in Richtung Short. Und Dienstag und Mittwoch sind sogenannte antizyklische Tage. Das heißt, dort tendiert der Markt eher dazu, eine Gegenbewegung anzusetzen. Das heißt also, dann handeln wir zwar unterhalb des 40er EMAs, aber traden den entsprechend von der Long-Seite. Und es ist eben auch so, wie mit jedem anderen Handelsansatz, der funktioniert mal super gut und der funktioniert eben mal weniger gut. Es ist immer so, das ist ein relativ plumpe, aber dennoch greifbare Beispiel. Du kannst noch so ein profitables Geschäftsmodell haben, zum Beispiel eine Eisdiele an einem Strand. Die sollte über den Sommer erstmal gefühlt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise nachvollziehbar, sollte die Geld verdienen. Weil es ist grundsätzlich eine gute Idee, eine Eisdiele zu haben, über den Sommer Eis zu verkaufen und das eventuell noch in Strandnähe. Das Problem ist natürlich nur, es gibt auch einen Sommer, in dem es mal regnet. Und genau so kann man sich eine Handelsstrategie eben dann auch vorstellen. Es gibt einfach Marktumfelde, in denen funktioniert die sehr, sehr gut und es gibt welche, in denen funktioniert sie halt nicht gut. Und das lässt sich meistens relativ einfach dann ablesen, zum Beispiel in einer fallenden Kapitalkurve. Und derzeit ist es eben so, dass ich mit diesem Handelsansatz, oder dieser Strategie generell, dass die Schwierigkeiten mit dem Marktumfeld hat. Und dann kommt etwas zum Tragen, das nennt man dann diskretionäre Intervention. Da bin ich dann zum Beispiel nicht willens, den Trade zu machen, sondern das System auszusetzen. Jetzt ist natürlich gleich der Einwand, dass man sagt, naja, aber dann handelt es sich ja schon nicht mehr um ein automatisiertes Handeln, sondern es ist ja schon eigentlich reines diskretionäres Trading. Und vor allem, ist das denn wirklich gut zu intervenieren? Oder macht das nicht den gesamten Systemhandel kaputt? Hast du da nicht zu viele Emotionen, wenn du das tust? Dieser Gefahr bin ich mir natürlich bewusst. Und was ich jetzt mache, ist relativ einfach. Es gibt ja die Möglichkeit, eine Strategie über ein Demo-Trading, also dann nennen wir das Basisstrategie, laufen zu lassen, während ich über mein live gehandeltes Konto diese nicht umsetze. Und dann schaue ich mir einfach an, wie performe ich in Relation zu der Basisstrategie. Und das bedeutet jetzt zum Beispiel nichts anderes, als dass ich eben die Basisstrategie durchlaufen lasse. Und wenn das Ergebnis dann für den Tag ein Verlust, sagen wir mal, von 100 Punkten ist, und ich habe den Trade nicht gemacht, dann habe ich ein 100 Punkte besseres Ergebnis, als die Basisstrategie erwirtschaftet. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Wenn ich jetzt 100 Punkte plus trade mit der Basisstrategie und den Trade nicht mache, dann ist das Ergebnis minus 100. Und das machst du über eine entsprechende Anzahl von Trades, also eine Vielzahl von Trades. und dann guckst du unterm Strich einfach, wie ist dein, ich nenne es mal, Punkt Erfolg in Relation zu der Basisstrategie. Und dort hat sich jetzt zum Beispiel abgezeichnet, allein in den letzten fünf Tagen ist mein Ergebnis über 300 Punkte besser gewesen, als die Basisstrategie. Was natürlich dann auch eine entsprechende Glättung der Kapitalkurve nach sich zieht. Und das Interessante ist natürlich die Basisstrategie, weil solche Phasen gab es immer mal wieder. Das Ergebnis, wie oft dass ich mich hier berufe, also das heißt die Historie, die beläuft sich auf über zehn Jahre, in der diese Strategie profitabel funktioniert hat. Also nochmal, eine relativ triviale Herangehensweise, einfach nur in Relation zu immer Long oder Short gehen. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass die Strategie auch in Zukunft positiv performen sollte, also sprich, profitabel agieren sollte, das heißt etwas anders formuliert, mit einem positiven Erwartungswert versehen. Wenn es mir jetzt natürlich gelingt, solche Verlustphasen nicht komplett auszublenden, aber zumindest mal diese abzuschwächen, dann hat das natürlich auf meine gesamte Kapitalkurve einen glättenden Charakter. Also was heißt Glättung der Kapitalkurve? Ich ziehe mal ganz kurz hier Paint rein. So, wir kommen gleich übrigens noch zu dem Trade. Ich habe die Order in den Markt gelegt, aber wenn man jetzt aktuell hier sieht, also ich kann deswegen über dieses Sprechen jetzt hier ganz entspannt, weil ich eben weiß, dass der Trade frühestens gechiggert wird, wenn wir neue Tageshofs markieren. Die waren bei 11.434 war es. Den Trade auf der Long-Seite, den nehmen wir deswegen, weil wir auch hier ein EMA haben, das ist der 50er auf 5-Minuten-Basis und wir gehen so lange Long, wie wir auf der Oberseite traden von diesem EMA. Und deswegen haben wir jetzt hier aktuell auch noch ein bisschen Zeit. Also es sind jetzt 70 Punkte von den Tageshofs. Der Markt, nachdem er hier eine Bewegung jetzt in der Vorbörse auf der Oberseite fabriziert hat, korrigiert einen Teil dieser Aufschläge wieder. Ich bin aber dennoch sehr, sehr positiv. Also wir lassen die Order auf jeden Fall im Markt stehen und während wir diese Order stehen lassen, beschäftigen wir uns nochmal mit der Glättung der Kapitalkurve. Ich mache das jetzt sehr grob. Nehmen wir mal davon aus, eine Kapitalkurve optimal wäre natürlich, dass die sich trendig, sequenztechnisch so bewegt. Steigende Hoch, steigende Tiefs. Das ist jetzt kein Aufwärtstrend, sondern das ist meine Kapitalkurve. Und jetzt ist es eben so, dass dann, jetzt machen wir das mal mit Rot, mein Ziel im Grunde genommen ist, diese Rücksetzer, die wir hier haben, auch Möglichkeit abzuschwächen. Also das heißt, ein Großteil dieser Bewegung hier mitzunehmen, Aufwärtsbewegung. Wenn es dann zu einer Korrekturbewegung kommt, eine kleinere Korrekturbewegung haben und nach Möglichkeit eben entsprechend hier den Rücksetzer, diesen potenziellen kurzfristigen Drawdown eben, bevor es dann zu neuen Kapitalkurvenhochs geht, eben zu vermeiden. So. Und dann den nächsten Upswing zu nehmen. So, jetzt sagen wir mal, vielleicht funktioniert die nicht ganz, wir kommen nicht ganz bis zu den Hochs hier, weil wir auch mal auf der Gewinnseite natürlich falsch liegen. Also das heißt mal einen Trade auslassen, der sich am Ende als profitabel herausgestellt hat. Aber nichtsdestotrotz, dass wir dann, das wäre jetzt vielleicht so die aktuelle Phase, jetzt haben wir ein bisschen größeren Rücksetzer, den ich sehe, der sicherlich schon emotional belastend ist, aber nichtsdestotrotz, der passabel, also es ist noch in Ordnung, in Relation zu der Basisstrategie, performe ich halt besser. Und deswegen ist die Handelsentscheidung, die ich aktuell treffe, ist die eine gute, mit einem positiven Erwartungswert versehen. Und dann versuchen wir eben hier auf diesem Weg, dann ist es nämlich das, was wir hier nicht verloren haben, wenn wir dieses komplette Stück wieder nehmen, in der Lage, diese Outperformance zu generieren. Und das zieht sich dann immer so weiter. Und wir sehen, es lassen sich komplette Kapitalrücksetzer nicht vermeiden, denn wir werden keine Trefferkote von 100% mit diesem Ansatz erreichen. Aber um was es eben geht, ist die Rücksetzer entsprechend eben kleiner zu gestalten. Und dann über die längerfristige Sicht, also zum Beispiel über ein Jahr, ein grundsätzlich besseres Ergebnis zu generieren. Das ist die Glättung der Kapitalkurve, um die es da geht. Das ist diese sogenannte diskretionäre Intervention. Und das ist eben genau das, was ich eben mit diesem saisonalen Ansatz, so nennen wir ihn mal, abhängig vom Handelstag eben dann anstrebe. Und wo ich mich heute entschieden habe, nach der Price Action von gestern, entsprechend hier den Trade dann heute zu machen, den antizyklischen Trade zu machen. Und ich habe natürlich diverse Gründe, warum. Ich habe gestern, wie gesagt, Price Action hier im US-amerikanischen Markt beobachtet. Wir haben die letzten 15 Handelsminuten eine ziemliche dramatische Entwicklung zu sehen bekommen. Das ist jetzt ein 15-Minuten-Chart. Ich habe jetzt schon mal, hier in der 200-Tage-Linie reingelegt und so weiter. Die ist alles aus dem Tageschart. Wir wollen uns aber kurz die Price Action mal von gestern anschauen, was da passiert ist in den Abend hinein. Und diese Kursentwicklung übrigens hier von gestern, die sollte man sich auch ganz kurz merken. Das ist nämlich etwas, was für den Open-Range-Ansatz eine ziemlich interessante Angelegenheit dann wird, wo man erkennen kann, worauf ziehen wir eigentlich ab? Was sind denn in Anführungsstrichen optimale Marktbedingungen, ausgehend von dem Open-Range-Ansatz, die wir gleich dann noch im Detail betrachten werden. Und grundsätzlich ist es so, dass wir versuchen, aus einer vorher definierten Handelsspanne für den Tag eine Trendstruktur zu erwischen. Worum es dann geht, ist dann eben entsprechend möglichst eine große Trendbewegung in Trend-Aid zu sehen zu bekommen. Und gestern war es dann so, dass der US-amerikanische Markt, nachdem er sich erstmal recht stabil zur Eröffnung präsentiert hat, dann auf der Unterseite verabschiedete. Wir hatten zunächst auch übrigens eine Long-Order im Markt. Das hatte den Grund, weil wir uns hier an einem EMA orientiert hatten, nämlich, Moment, einführen. So, den lege ich jetzt mal in, welche Farbe haben wir hier noch nicht verwendet? Pink, so. Das ist nämlich der 11er EMA, 15 Minuten Basis. Funktioniert identisch an die Herangehensweise. Ne, Verzeihung, das ist nicht der 11er, das ist der 10er. Verzeihung, Verzeihung. Das macht jetzt keinen großen Unterschied, aber nichtsdestotrotz, ordnen muss sein. So. Also, das ist ein sehr, sehr kurzfristiger Ansatz, deswegen auch dieser kurzfristige Exponential Moving Average, ja, sehr, sehr kurze Aggregation, 10. Nichtsdestotrotz eben, es funktioniert. Also, ich könnte dazu jetzt auch einen gleichen Backtestresultat zeigen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir uns jetzt hier verhaspeln. Dann ist nämlich folgendes Problem, dann schaffen wir hinten raus nicht mehr das, was ich noch alles mir vorgenommen habe. Auf jeden Fall, gestern, jetzt eine Stunde, bevor wir, bevor wir, oder wo wir normalerweise die US-Eröffnung sehen, eröffnen wir jetzt durch eben die entsprechende Zeitumstellung, die wir sehen. Und so, wir haben kurzzeitig oberhalb hier das 10er E-Mars getradet. Ja, das war hier bereits, kurz nach der Eröffnung. Das war zwischen, zwischen 14.30 und 15.15 unserer, unsere Uhrzeit. Die sind aber nie oben auf der Oberseite ausgebrochen, sondern stattdessen kippten wir ab, schlossen dann irgendwann unterhalb des E-Mars und haben dann entsprechend eine Short Order in den Markt gelegt und haben uns hier in diesem Bereich Short positioniert. Und dieser Trade, der kam dann sehr, sehr schön in den Abend hinein jetzt laufen und es kam zu einem regelrechten Kollaps in den Abend hinein, wo wir auch erkennen können, das ist jetzt ein Wochenpivot, da sind wir fast punktgenau auf diesen S1 aufgelaufen. Das ist nur eine Orientierung, die wir uns hier auf der Unterseite bedienen. Ja, also ich bin da jemand, der so, ja, der relativ pragmatisch da herangeht und ich habe festgestellt, in den letzten Tagen, dass Pivot-Punkte wieder relativ gut funktionieren. Deswegen ziehe ich die dann in meine Analysen eben entsprechend mit ein. Wir sind da fast punktgenau drauf gelaufen. Wir haben alleine hier in dieser Kerze, in der letzten halben Stunde, haben wir über 1% eingebüßt. Das war also schon eine relativ dramatische Bewegung auf der Unterseite und dann ist was ganz Interessantes passiert und das habe ich eben ganz genauestens auch beobachten können. Wir sind dann nämlich plötzlich hier sehr dramatisch gedreht und haben nicht nur diese Verluste der letzten, dieser 15-Minuten-Kerze wieder gut gemacht, in den letzten 15 Handelsminuten, sondern wir haben einen Aufschlag gesehen von 40 Punkten oder fast 2%, also eine sehr, 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 sehr grüne bullische Kerze. Und diese Entwicklung hat so ein bisschen darauf hingedeutet, dass das eventuell eine Übertreibung auf der Unterseite war, die nicht nachhaltig ist. Und ich habe dann zeitgleich, und jetzt nehme ich das mal wieder raus, einen Moment, so, ich habe dann zeitgleich mir zum Beispiel auch den japanischen Yen angeschaut, so, den japanischen Yen mir angeguckt, hier, und habe gesehen, dass wir keinerlei Abschläge zu sehen bekommen haben. Und warum ist der japanische Yen in diesem Zusammenhang interessant? Der japanische Yen ist normalerweise eine sogenannte Risk-on-Risk-off-Währung, an der sich das sehr, sehr gut messen lässt. Der japanische Yen ist eine Null-Zins-Währung und in Zeiten finanzieller Unsicherheit, so wie wir sie gestern dann kurzfristig mindestens gesehen haben, ist es normalerweise eigentlich so, dass der japanische Yen in diesem Bereich aufwertet. Ich sehe übrigens gerade oben, wir ticken immer tiefer im DAX. Das ist sicherlich nicht optimal. Darauf kommen wir gleich. Ich würde nämlich trotzdem von Short-Engagements aktuell absehen wollen. Wie gesagt, ich werde es gleich darlegen, wieso. Und nun, es ist eben so, dass der japanische Yen überhaupt gar nicht profitiert hat. Also der hat nicht in irgendeiner Form sich anziehend gezeigt, Geld gezeigt, also sprich, dass eben da eine verstärkte Nachfrage irgendwie auszumachen war. Und das war schon so ein erstes Signal, wo ich mir gedacht habe, ob das eine nachhaltige Bewegung ist oder ob das nicht eventuell so eine Art, vielleicht Blow-off-Bewegung ist. So ein Schub auf der Unterseite, der die Übertreibung der letzten Tage vielleicht jetzt zu einem Ende führt und dann vielleicht zu einer stärkeren Gegenbewegung kurz oder lang eben tatsächlich führen könnte. Beginnend dann übrigens am heutigen Tag. Warum beginnend am heutigen Tag? Dazu habe ich eine Grafik vorbereitet. Da schauen wir mal ganz kurz drauf. Das ist eine Grafik von einer Webseite beziehungsweise von einem Unternehmen, das heißt LPL Research. Ich folge dort jemandem auf Twitter, der heißt Ryan Detrick. Das Bild von Ryan Detrick sieht man hier. Ich habe dazu noch ein paar andere Statistiken auf Word bereitet, die wir gleich auch noch durchgehen wollen. Und das ist, wie gesagt, sehr, sehr stark statistisch basiert, aber unglaublich interessant in meinen Augen. Und was Ryan Detrick hier herausgearbeitet hat, ist zum Beispiel die Performance im Oktober seit 1950. und das zeigt, dass die letzten Handelstage, also 29. 30. 31. Oktober, also alles bezogen auf den Monat Oktober, dass die im Jahr, im Börsenjahr, als eines der stärksten, oder als eine der stärksten Tage des Jahres generell gelten. Und das ist in meinen Augen eine unfassbar interessante Information. Kurz gucken, kann man den auch kleiner machen? Ich habe jetzt gerade gemerkt, was ich gemacht habe. Ich muss mal kurz zurückklicken. Das hat er hier herausgearbeitet. Das ist so ein Research-Piece, was die rausgeben von LPL eben. Und da steht, Historically, the last few days of October have been some of the strongest of the year. With markets looking extremely oversold, the stage could be set for a rally. Also anders formuliert, wenn man sich das eben statistisch bis ins Jahr 1950 zurück anschaut, dann ist es so, dass diese letzten Tage eben nicht nur, erst mal statistisch betrachtet, zu den stärksten des Jahres her, sondern auch mit diesem sehr stark überdienten Modus auf der Unterseite, dass wir in Folge dessen vielleicht davor stehen, im US-Markt zumindest eine starke Gegenbewegung zu sehen. Jetzt muss man natürlich vorsichtig sein. Korrelationen, schön und gut, aber der europäische Aktienmarkt hat in Relation zu US-Märkten underperformed. Das war jetzt ehrlich gesprochen etwas, was sicherlich auf die Handelskrieg-Geschichte zwischen den USA und den Andeutungen von Donald Trump dort, Emportzölle und so weiter, nicht nur China aufzuerlegen, sondern auch der Europäischen Union, was natürlich für eine Underperformance generell gesorgt hat. Nichtsdestotrotz, kurzfristig denke ich, es ist die Korrelation schon wieder gegeben. Das lässt sich auch zeigen, das können wir gleich machen. Da gibt es eine Korrelationsmatrix, die kann man dort im Meta-Trailer sich anzeigen lassen. Wir wollen aber ganz kurz noch diesen Gedanken zu Ende bringen. Also das bedeutet etwas anders formuliert, aus der Perspektive, zumindest in Schein-Schonce-Risiko-Verhältnisse für Short-Engagements unattraktiver zu werden. Und jetzt kann man noch was ganz anderes hier mit einfließen lassen. Das ist nämlich, das ist eine Sentiment-Grafik. Das ist auch unfassbar spannend. Und zwar ist es nämlich so, dass wir aktuell ja wieder so ein Wahljahr, so ein Midterm-Year haben in den USA. Das erkennt man auch, wenn man Medien anschaut oder Nachrichten schaut, da sieht man Donald Trump ab und an eben auf Wahlveranstaltungen und dergleichen. Und es ist interessanterweise so, dass das natürlich nicht das erste Mal stattfindet, sondern das gab es in der Vergangenheit ebenfalls schon. Und auch hier hat Ryan Dechrick etwas Interessantes gemacht. Hat sich einfach mal bis ins Jahr 1946 angeschaut, was war eigentlich, wenn man die Oktober-Tiefs gekauft hat, einfach nur gesagt hat, Oktober-Tiefs, ich kaufe die jetzt, oder auch den Tag, an dem es tief markiert worden ist, den Schlusskurs beispielsweise. Was passiert dann? Er hat da was ganz Interessantes herausgefunden, nämlich, dass in 18 von 18 Fällen, also jedes Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wenn man das im S&P gemacht hat, dieses Midterm-Year, was wie gesagt, ja alle dann vier Jahre offensichtlich auftritt, jedes Mal nach zwei Jahren, nach der US-Präsidentschaftswahl, in dem Fall war es 2016. Jedes Mal hat der S&P 500 höher notiert und man kann auch sehen übrigens, ich will das mal ganz kurz hier versuchen, größer darzustellen, es ist jedes Mal so gewesen, dass die Performance nicht ohne war, also im Schnitt haben wir tatsächlich hier 10,6% zugelegt, das heißt also zweistellig von diesen Tiefs. Das ist bei dem aktuellen Indexstand zwar nicht in der Lage, uns jetzt nochmal auf neue Allzeithochs zu hieven, aber zumindestens wieder zurück in diesen Bereich. Wenn man das alles kombiniert, dann sieht es für die Short-Seite irgendwie nicht mehr ganz so attraktiv aus und das kann man eben nochmal kombinieren, wenn man sich zum Beispiel auch hier dieses aktuelle Sentiment anschaut. Das ist eine Grafik, auch auf den S&P angewendet und da gibt es den sogenannten Fear and Greed Index. Kann man sich, wenn man es googelt, Fear, Greed, CNN, von CNN wird der offensichtlich erstellt. Das ist ein Stimmungsbarometer und wir sehen, wir sind im Extrem-Fear-Bereich. Also der Markt ist gerade unfassbar ängstlich. Es gibt eine alte Börsenmeisheit, die sagt, kaufe dann, wenn der Markt Angst hat und verkaufe dann, wenn der Markt gierig wird. Darauf basiert auch offensichtlich, also normalerweise ist es im Englischsprachigen, dieses Zitat, aber Fear and Greed, darauf basiert eben das. Es ist eine sehr, sehr grobe Herangehensweise, auch der lässt sich arbeiten. Ein Moment. Mach dir mal zu. So. Das war jetzt gerade ein Video, was da losgegangen ist. So, zurück zum S&P. Da lässt sich eben auch, bis in dem Fall, das ist das Jahr 2015, zurückgehen, lässt sich ebenfalls so ein Chart, in dem Fall ein ganz trivialer Litien-Chart, mit diesem Fear and Greed Index unterlegt eben aufzeigen. Und was zeigt das? Es zeigt, dass jedes Mal, wenn wir diesen Extrem-Fear-Bereich gehabt haben, dass das ein antizyklisches Signal war, welches dazu geführt hat, eventuell was mit dazu beigetragen hat, dass es dann kurzzeitig zu einer Korrekturbewegung kam. Und das ist jedes Mal aufgetreten, interessanterweise. Also, das heißt, egal wie wenig die Gegenbewegung dann ausgefallen ist, sie ist auf jeden Fall aufgetreten. Und wenn ich das alles kombiniere, dann wird es halt für die US-Märkte auf der Unterseite irgendwie ein bisschen dünn. Also, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt langsam sicher in den Bereich laufen, der dann doch sehr, sehr dramatisch ist. Natürlich sind das alles schon Statistiken, es sind nur alles Indikationen, aber es unterstreicht eben auch, was kurzfristig an Gegenbewegungspotenzial besteht. Und wenn ich das alles kombiniere, auch mit der gestrigen Beobachtung, der erneuten starken Abwärtsbewegung in den letzten Handelsminuten, dem Ausbleiben des Anziehens des japanischen Jens zum Beispiel, dann ist das alles unterm Strich in der Lage, mich grundsätzlich positiv zu stimmen und dann dazu zu führen, zum Beispiel, dass ich eben hier bereit bin, auch einen antizyklischen Trade im DAX eben auch zu setzen. Also das heißt, ausgehend von diesem saisonalen Trade, dass ich sage, Short-Engagements, wie gestern zum Beispiel, da bin ich nicht wirklich für zu haben, weil die CRVs unattraktiver werden und in der Tat, gestern wäre ein Verlusttag gewesen. Also wir sahen zwar in den Abend hinein zum Beispiel, auf den DAX bezogen, wir sahen zwar dort in den Abend hinein eine Abwärtsbewegung, einen kurzen Augenblick, so, wir sahen zwar eine Abwärtsbewegung, die dazu geführt hätte, dass der Trade einen kleinen Profit abgeworfen hat, vorausgesetzt natürlich, der Stop wäre zwischenzeitlich nicht geholt worden und der DAX hat ja schon einen sehr, sehr starken Aufwärtsbewegung dann im Morgen gesehen, infolge derer dieser Trade ausgestoppt worden wäre. Also auch hier arbeiten wir mit einem Stop, einem Volatilitätsbasierten Stop und der wäre tatsächlich getriggert worden. Das Interessante ist jetzt übrigens, dass genau dieser Bereich auch für den heutigen Tag hier eine Relevanz darstellt. So, ich ziehe das mal ein bisschen kleiner kurz, den brauchen wir übrigens nicht hier. Kartoffenster löschen. So, das sind die Hochs von gestern. Ich hatte in meiner technischen Betrachtung für den gestrigen Tag den Bereich um 11.430 Punkte schon herausgearbeitet gehabt und das resultierte hier aus diesem Zwischenhoch, was wir dort am 23. und 24. ausgearbeitet haben, also letzte Woche Dienstag Mittwoch. Da gab es einen Widerstandsbereich, ausgehend von welchem dann es nochmal zur Abwärtsdynamik in den, ja, in den Wochenschluss hinein beziehungsweise schon bereits am Mittwoch kam. Da haben wir dann neue Jahrestiefs eben tatsächlich markiert und dieser Bereich hier auf der Oberseite, der wurde gestern fast punktgenau wieder angelaufen. Also daraus resultiert diese Rotfarbenlinie hier auf der Oberseite, die auch heute früh in der V-Börse angelaufen wurde und jetzt wird es halt ganz interessant. Wir haben zwar immer noch eine enorme Volatilität, das zeigt sich alleine durch die Tatsache, wenn wir uns die 5 Minuten eben anschauen, also wir haben die ganzen Gewinne jetzt gerade wieder hergegeben. Nichtsdestotrotz drehen wir jetzt schon bereits wieder gegen diese Tagestiefs, die hier kurzzeitig markiert sind, auf der Oberseite an und ich wäre wenig überrascht, wenn wir eventuell sogar noch in den nächsten 30, 35 Minuten, die das Event jetzt hier dauert, nochmal eine Attacke auf die Tageshofs sehen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es käme wirklich wenig überraschen. Die Volatilität bleibt hoch, also das bedeutet, man sollte auch entsprechend natürlich die Risiken generell in seinen Positionen anpassen beziehungsweise auch die Volatilität mit in seiner Stop weiter einfließen lassen oder ich volumine es mal um. Ich finde es immer wieder spektakulär, wenn ich von Tradern höre, lese, dass die in solchen mega volatilen Markkumpfelden angeblich mit einem 10-Punkte-Stop profitabel agieren wollen. Finde ich echt sportlich, weil ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, dass das überhaupt möglich ist, wenn man sich diese enorme Volatilität hier vorstellt. Nicht, dass es unmöglich ist, ich sage nur, dass ich es timing-technisch schon wirklich phänomenal finde. So etwas dann wirklich zu lesen. Aber zurück, wie gesagt, zu dem aktuellen Stand, jetzt zurück zu der Stunde. Das, was ich jetzt interessant finde, ist, sollte dieser Bereich auf der Oberseite rausgenommen werden und das impliziert übrigens dann auch, warum ich zum Beispiel hier nur die Long-Seite oder warum ich gerne die Long-Seite traden werde, so will ich es mal formulieren. Das hat damit zu tun, weil ich einfach einen unglaublichen Schub erwarte auf der Oberseite, der uns realistisch sogar bis in den Bereich um 11.650, 11.700 Punkte führen kann. Und das findet der eine oder andere jetzt vielleicht schon ein bisschen überraschend, weil wir müssen uns immer Folgendes vor Augen führen. Wir sind jetzt hier von den Tagestiefs ja bereits dann in den Hochs 100 Punkte gelaufen. Und wenn ich da nochmal ein Aufschlagspotenzial von 250, 300 Punkten sehe, dann reden wir ja plötzlich von 350, 400 Punkten Handelsspanne für den Tag. Und in der Tat wäre das etwas, was, wenn man sich die letzten Handelssessions anschaut, überraschend käme. Also hier haben wir nämlich einen Indikator, der nennt sich, Moment mal kurz, ich muss mal kurz schauen, wie der ganz genau heißt, Daily Range Indikator heißt er. Genau. Hier, das ist ein Indikator, falls Interesse bestehen sollte, ja, kontaktieren wir mich gerne oder schreibe dem Nelson einfach eine Mail, dann lasse ich dem Nelson den Indikator zukommen. Das ist ein Indikator, der ist frei verfügbar für den Metatrader und den nutze ich deswegen so gerne, weil er das einfach super gut aufbereitet und auch hier zum Beispiel dann Room Up, Room Down noch berechnet. Was ist damit gemeint? Also er schaut sich erstmal an, die durchschnittliche Spankungsbreite, die kann ich dann für mehrere Tage mir anschauen, also zum Beispiel die Vortageshandelsspanne, das ist hier Previous One Day Range, ja, das ist also die Handelsspanne von gestern, die lag bei fast 300 Punkten. Ja, guckt sich aber auch zum Beispiel die durchschnittliche Handelsspanne der letzten 5 Tage an. Also das heißt, er rechnet die letzten 5 Tage auf, teilt das Ganze durch 5 und berechnet mir dann die durchschnittliche Handelsspanne hier von 300 Punkten. Also gestern, der Tag, der sah zwar sehr volatil aus, lag aber in der Tat im Bereich der Schwankungsbreite der letzten 5 Tage. Und insgesamt ist es auch so, die letzten 10 und die letzten 20 Tage, genau so macht er das dann eben vielleicht noch auch in den letzten 2 Handelswochen beziehungsweise letzten Monat, da liegen wir bei 250 Tagen. Das liegt aber alles noch unterhalb dessen, was ich gerade sagte, mit 350, 400 Punkten. Nichtsdestotrotz, bin ich dennoch relativ optimistisch, dass wir auch mal eine Übertreibung auf der Oberseite sehen können, denn, und jetzt wird es interessant, das, was der DAX gestern hier auf der Unterseite in einem Abend produziert hat, das war US-Markt induziert. Also das bedeutet, etwas anderes formuliert, wenn die US-Märkte nicht gewesen wären, habe ich persönlich das Gefühl, hätte der DAX einiges an Aufschlagspotenzial noch heute gehabt, beziehungsweise, ich habe heute früh folgenden Gedanken formuliert, was wäre eigentlich jetzt, wenn die US-Märkte vielleicht dann tatsächlich mal so eine Stärke, so einen Push bekommen. Also wir haben gestern gesehen, über die US-Eröffnung, der DAX, der konnte sich relativ lange auf hohem Niveau stabilisieren. Also wenn man sich das hier mal anschaut, das war dann in den Nachmittag hinein, die starke Abwärtsbewegung, die wurde erst dann in den Abend initiiert. Der hat sich aber lange Zeit im Bereich um so ungefähr 11.400 Punkte halten können. Und sollte das eben heute wieder gelingen, ja, und in Ergänzung mit dieser Signifikanz dieses Bereichs, dann finde ich es durchaus realistisch, dass wir auf der Oberseite diesen Lauf noch hinlegen können. Und deswegen bin ich tatsächlich für die Long-Seite recht positiv gestimmt, auch wenn bis jetzt kein Feld initiiert worden ist. Und ich natürlich auch ernsthafte Gedanken machen müsste bezüglich dieses Gedankens, wenn wir jetzt tatsächlich nochmal stärkeren Abwärtsdruck eben tatsächlich sehen, der natürlich weiterhin jederzeit gegeben ist, solange wir auf der Stunde, und dann zoomen wir mal ein bisschen raus, solange wir unterhalb hier dieses Bereiches um 11.670, 11.700 Punkte, vielleicht sogar unterhalb hier von 11.850 Punkten notieren. Also die Abwärtsstruktur, fallende, hochfallende Tiefs, die bleibt auf jeden Fall weiterhin gegeben, und da ist der Vorteil, auf der Short-Seite zu suchen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Engagement aus der Long-Seite aus diversen Gründen attraktiv sein könnte, attraktiv sein dürften, und bin auch durchaus willens, eben da mal den einen oder anderen Versuch eben tatsächlich dann, auch wenn antizyklisch ausgehend von der mich dominierenden Zeitebene, dass da antizyklische Bewegungen oder starke Aufwärtsbewegungen eben anstehen könnten. So, ich gucke mal kurz in die Chatbox, Herr Präsident, da kamen noch mal zwei Fragen. Ist der Indikator mit Standardeinstellung? Jetzt muss ich kurz fragen, was ist denn mit Standardeinstellung gemeint? Also, ich kann ja mal kurz hier die, Moment, wollen wir den hier nicht so aufrufen? Na, so. Normalerweise kann man hier nicht Indikatoren, ja, so editieren, dann machen wir das so. Okay. Also, so sieht das hier aktuell aus. Also, man kann das, man kann sich das, tagestechnisch kann man sich das einstellen, wie man möchte. Also, 5 Tage, 10 Tage, 20. Man kann aber auch mit Einstellungen individueller Natur arbeiten, 7 Tage oder 4. Je nachdem, wie da die persönliche Neigung eben tatsächlich ist. Man kann ein Risk-Reward-Ratio zum Beispiel, da sieht man das auch, man kann dann ausgehend hiervon im bereiteten Sinne auch Trades vielleicht initiieren. Das wäre dann zum Beispiel eine Möglichkeit, um, das muss ich mal kurz schauen. Ach, das habe ich gar nicht eingeführt. Okay, den lassen wir weg. Also, ich nutze das nicht aus Trading-technischer Sicht, sondern nur, um hier diese reinen Informationen wieder zu ziehen. Man kann den aber auch Chance-Risur-Feld-Technisch zum Beispiel hier dann für den, für den, für Handelsentscheidungen, schnelle Berechnung der Handelsentscheidung, könnte man den heranziehen. Also, eventuell beantwortet das die Frage schon. Falls nicht, dann stelle man einfach die Frage nochmal. Okay, perfekt. Sehr gut. So, also, das zum, zur aktuellen Markteinschätzung. Wir haben uns jetzt sehr auf den DAX fokussiert. Ich muss sagen, der DAX ist auch, oder generell die Equity-Märkte, finde ich aktuell sowieso sehr, sehr spannend. In spannender Weise ist es so, besonders nach der EZB, in Relation zur Volatilität, die wir im Equity-Bereich sehen, ist der Devisenmarkt aktuell relativ unattraktiv. Also, wenn ich den EURUS-Dollar zum Beispiel anschaue, erst recht. Also, das ist, das ist wirklich eine, nicht hanebliefende Vorstellung, aber zumindestens mal doch eine sehr, sehr dürftige. Ich persönlich, ja, ich will nicht sagen, ich bin enttäuscht, aber zumindestens mal, da kommt nicht wirklich was bei RUM aktuell. Also, Trenn, stärkere Trendbewegungen und dergleichen sehen wir wirklich primär im Equity-Bereich. Jens? Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, bevor du zu Forex wechselst, zu deinen Ausführungen vorhin, bezüglich Feel and Greed-Indikator. Ich habe dir noch einen Link geschickt zu einer interessanten Grafik, was jetzt auch verstärken würde der Gedanke, dass der S&P tatsächlich jetzt wieder nach oben gehen könnte. Kannst du vielleicht mal eine statistische Auswertung. Ja, kann man ja auch lesen. Die letzten 15 Tage, wenn der S&P viermal minus zwei Prozent geschlossen hat und dann sieht man auch tatsächlich schön, dass da immer noch mal eine Gegenbewegung kam und dann, gut, dann in der Vergangenheit sieht man das tatsächlich dann später wieder weitergefallen ist, aber man hat diese Reaktion gesehen. Das passt auch, glaube ich, ganz gut zu diesem Gedanken auch Jahresendrallye. Also, wenn man das jetzt mal rein so saisonal betrachtet, wir laufen historisch jetzt wirklich in ein bullisches Zeitfenster und ich kann wirklich alles und jeden verstehen, der sagt, ich bin echt skeptisch, ob da noch so viel auf der Unterseite folgt. Also nicht, dass es nicht passieren könnte. Das steht immer auf einem anderen Blatt. Das sind alles nur Statistiken. Aber, also, wenn ich mich wohlfühlen, oder, Moment mal, wenn ich das so in Relation setzen würde, wo würde ich mich am wohlsten fühlen, zu kaufen, mit auch der Erwartung, einer positiven Erwartung, dann wäre aktuell interessanterweise genau jener Zeitpunkt. Also, ich wäre, oder ich bin aktuell bullischer, als ich es zum Beispiel gewesen bin, in diesem exorbitanten Lauf auf der Oberseite und dieser ganz niedrigen Volatilität, die wir zum Beispiel vor einem Jahr gesehen haben. Nicht, dass es da nicht auch funktioniert hätte, aber nichtsdestotrotz, ich fühle mich aktuell einfach wohler, weil auch die Einstiegsniveaus wesentlich attraktiver scheinen für so eine Gegenbewegung, ganz zu schweigen mal von den Sentimentbestrachtungen. Ja, ja, also, die lassen wir dann einfach nochmal ganz kurz wirken und ich gehe nochmal kurz in die Chatbox. So, Martin fragt, ist im DAX nicht am Doppelboden sichtbar und daher nochmal die Longsätze zu verwirrsen, auch das wäre natürlich eine Möglichkeit. Da können wir nochmal kurz hier in den DAX zurückschalten. Den Boden, hier, kann man natürlich durchaus erkennen, wobei ich dann sagen würde, eine Bestätigung an des Sobbodens, würde ich tatsächlich auch erst oberhalb hier dann dieses Levels von 11.400, 430 Punkten sehen. Also, das heißt, das kann man bis hierhin schon identifizieren, ja, es ist relativ offensichtlich, dass dann Doppelboden sich möglicherweise ausbildet und das ist vielleicht ein erstes Indiz, aber unterstreichen sehe ich tatsächlich erst, sobald wir hier über die 11.400 laufen, also, beziehungsweise 430, 450, so dieser Bereich, die Rotfarbenlinie rausnehmen, dann würde ich sagen, ist das ein Vollzug dieses Doppelbodens und weiteres Aufwärtspotenzial würde dann freigesetzt werden. Vielleicht in Breite dieser Range, dann sind wir, ja, in der Tat nochmal bei 400 Punkten auf der Oberseite, also können Sie sogar bis 11.800, 11.900 Punkte geben, aber nichtsdestotrotz, bevor wir da die Attacken sehen, sehen wir aktuell, dass offensichtlich der Wille, neue Tagesrufs zu markieren, derzeit nicht ganz so gegeben ist, sondern es werden eher neue Tagestiefs. Das ist alles andere als optimal. Unsere Order müssen wir natürlich schlussendlich am Ende anpassen, eventuell ist es tatsächlich sogar so, dass wir diese Order, Moment, die untere ist es, dass wir diese sogar jetzt löschen müssen, denn der klassische Open Range Breakout auf der Long Seite, der ist damit eigentlich hinfällig, denn wir haben mittlerweile unterhalb des 50er E-Mas geschlossen und wir sind jetzt auf der Unterseite aus der Range ausgebaut. Das heißt, es wurde jetzt gerade eigentlich ein Short Shade getriggert, den wir aber aus den geschilderten Gründen nicht nehmen. Das heißt also, aus der Perspektive ist der Gedanke schon mal hinfällig. Der Long Trade aber hier, der bleibt auf jeden Fall bestehen und er zielt im erweiterten Sinne auch tatsächlich genau darauf ab, nämlich auf den Break der 11,4, 4,30, 4,50 auf der Oberseite. Also dieser saisonale Gedanke. Das heißt, wir haben schon eine Long Position, die zweite Open Range technisch, die wäre noch dazugekommen, wenn der Ausbruch erfolgt wäre, was aber jetzt durch den derzeitigen Kursverlauf nicht erfolgt. So, wir wollen noch mal ganz kurz den FX-Bereich abschließen. Ich finde es sehr interessant, was uns der Dollar-Japanische-Yen aktuell produziert. Mal ganz kurz hier auch reinschreiben, damit man dann auch, wenn man jetzt später reinschaut, hier sieht, was wir uns für den Markt anschauen. Der hat mich gestern schon, ich will nicht sagen angelacht, aber zumindest mal, ein bisschen klein, aber zumindest mal muss ich sagen, finde ich schon sehr interessant, dass wir hier keine signifikant tieferen Tiefs haben markieren können. Also sprich, dieser Bereich dort um 111,50, 112, dass der gehalten werden konnte. Und auch hier ist es übrigens so, das ist ein identischer Gedanke wie jener, den wir gerade mit Martins Doppelboden- Überlegungen hier hatten. Auch hier sehen wir diese Tiefs, die laufen wir noch mal an. Vollzug, dass das eine potenzielle Bodenbildung ist, sehe ich erst, wenn wir jetzt zurück über die 112,80, 113 laufen sollten. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall einmal so, dass wir hier ein leicht positives Zeichen wirklich sehen, was oder wo wir kurz davor stehen könnten, einen Schub noch auf der Oberseite zu sehen, der dann die Initialzündung liefert für einen Lauf in Richtung zurück um 114 beziehungsweise 114,50. Auch da gibt es übrigens dann noch diverse, sehr spannende Events, die diese Woche anstehen, zum Beispiel Morgen, ADP-Arbeitsmarktzahlen aus den USA, wir haben Donnerstag die ISM Manufacturing, also Einkaufsmanager Indizes zum verarbeitenden Gewerbe und Freitag die Nonfarm Payrolls. Alles Events, die sollten Sie besser als erwartet reinkommen, in der Lage sind, Dollar, japanischen Yen stark auf der Oberseite performen zu lassen und dann eben diese Bewegung in Richtung nochmal der 114 auf den Weg zu bringen, wobei natürlich so ein bisschen Vorsicht walten lassen muss, ich will auch mal kurz zeigen, warum. Hier gibt es eine Webseite, die heißt tradingeconomics.com und diese Webseite, wenn man hier die Indikatoren und die einzelnen Länder sich anschaut, United States, die bereitet wunderbar diverse Veröffentlichungen auf, unter anderem auch die Nonfarm Payrolls, wie hat die Historie hier ausgeschaut und so weiter, ist wirklich auf jeden Fall zu empfehlen, sich diese Seite mal anzuschauen. Der letzte Monat sei jetzt nicht so prickelnd, außer hinsichtlich der neu geschaffenen Stellen, also in der Tat gab es eine verhaltenbärische Reaktion im US-Dollar, ich glaube sogar im Nachgang muss man sagen, war es sogar gar keine bärische Reaktion, sondern der US-Dollar konnte sogar zum Euro noch verhältnismäßig gut performen, das hatte zum einen den Grund, weil die Zahlen für den Monat August sehr stark nach oben revidiert worden sind auf 270.000 neu geschaffene Stellen, zum anderen aber auch, weil zum Beispiel die durchschnittlichen Stundenlöhne hier auf einem sehr, sehr günstigen Niveau ausgegeben worden sind beziehungsweise die Erwartungshaltung erfüllt haben, die Überlegung dahinter ist dann folgende, jetzt mal ganz grob gesprochen, wenn die Leute mehr Geld in der Tasche haben, also durchschnittlicher Stundenlöhne, wenn der höher ausfällt, der davon ausgegangen werden darf, dass die Leute mehr Geld in der Tasche haben, dann hat das natürlich positive Effekte auf die Wirtschaft, alles in allem, wenn die Leute tendieren mit mehr Geld in der Tasche natürlich auch dazu mehr zu konsumieren. So, das ist natürlich sehr grob gesprochen und volkswirtschaftlich klassisch geschildert, spätestens durch die expansiven Maßnahmen der EZB, nicht der EZB, der FED ganz besonders, QE-Programm und der Weiden, wurde die klassische volkswirtschaftliche Theorie sicherlich auf den Kopf gestellt, nichtsdestotrotz ist das mit einer der Gründe, die man hier gerne ins Feld führt und auch ins Feld führen sollte, dann für die letzten und Payrolls, die veröffentlicht worden sind, warum der US-Dollar da verhältnismäßig gut und solide performt hat. So, und jetzt ist es natürlich so, die Erwartungshaltung hier ist vielleicht nach dem letzten Monat bezüglich der neu geschaffenen Stellen nicht ganz so positiv, wenn wir uns hier den Konsens anschauen, der liegt bei 190.000, aber jetzt ist die nächste Überlegung folgende, nämlich, sollten diese Zahlen besser kommen, oder die Erwartung veröffentlicht werden und auch die Zahlen für den letzten Monat vielleicht nach oben revidiert werden, sich zeigen, dass die erste Schätzung hier vielleicht etwas pessimistisch war, dann ist es so, dass das natürlich für den US-Dollar durchaus positive Auswirkungen haben können, es könnte nochmal einen Push auf der Oberseite im US-Zins nach sich ziehen und wissend um, und dazu hole ich mal noch eine andere Grafik auf den Schirm, kurz mal schauen, die ist eine Grafik aus meinem ersten Buch gewesen, hoppala, so, ist eine Grafik aus meinem ersten Buch gewesen, bezüglich der Korrelation, also deswegen erkennt man auch hier unten, dass das zwar bis ins Jahr 2003 zurückgeht, aber halt im Juli 2014 händelt, das erste Buch ist im Jahr 2014 im November veröffentlicht worden und man erkennt eben die Rendite 10-jährige US-Staatsanleihen und Dollar Yen, die haben eine sehr stark positive Korrelation zueinander, also anders formuliert stark der eine sollte der andere steigen und umgekehrt und das hat sich zwar in der letzten Zeit so ein bisschen aufgelöst diese Korrelation, die ist nicht mehr ganz so stark gegeben, aber sie ist dennoch weiter erkennbar und das heißt, sollten die Zahlen dann besser veröffentlicht werden und deswegen sind Non-Farm-Pay-Rootz und Dollar Yen eben sehr stark miteinander verbandelt und normalerweise sieht man eine erhöhte Volatilität im Dollar Yen, dann ist es eben so, dass man sagt, hey, das könnte dann durchaus auch nochmal ein Treiber sein für den Dollar Yen, sollten die Zahlen besser als erwartet ausfallen, denn das würde eher zinstreibend fungieren oder bullischen Impuls für den Zins nach sich ziehen und das könnte wie gesagt dann diese Rückkehr runter 113 ECM, die vielleicht jetzt sogar schon bereits antizipiert wird, also das heißt, das nimmt man dann vorweg, alles in allem sieht das aber recht positiv aus, Dollar Yen, plus übrigens, das ist noch final dazu, plus noch dazu die Tatsache, dass wir hier eine dann vielleicht Risk-On-Neigung sehen, also gute Zahlen vom Arbeitsmarkt, das muss man auch da ein bisschen das größere Bild vielleicht betrachten, also die FED entscheidet ja im Dezember das vierte Mal, beziehungsweise das ist nicht ganz richtig, entscheidet darüber, ob sie das vierte Mal in 2018 den Zins anhebt und die Wahrscheinlichkeit hier, die wird aktuell von mindestens 75% gesehen, denn das war das letzte FED-Statement, was veröffentlicht worden ist, nämlich, dass 12 von 16 genau diesen vierten Zinsschritt erwarten und das war dann auch das, was der Zinsmarkt tatsächlich erwartet hatte, beziehungsweise, was man im sogenannten FED-Watch-Tool hat sehen können, das FED-Watch-Tool gibt an, wie hoch sieht der Terminmarkt die Wahrscheinlichkeit, dass es hier zu einer Zinsanhebung kommt und interessanterweise durch die Turbulenzen in der Vergangenheit, auch vielleicht begünstigt durch die Kommentare von Donald Trump, die waren schon am, wann war es, 10.10., 11.10., ich glaube am 10.10. war es, nachdem der Dow Jones das erste Mal so einen scharfen Rücksetzer gesehen hat oder der US-Aktienmarkt generell, hat er ja gesagt, the FED's gone crazy, or I think the FED's gone crazy, das heißt, er hat im Grunde genommen die stärkere Volatilität am Aktienmarkt darauf zurückgeführt, dass eben die FED mit ihrem Zinsanhebungszyklus, den sie dort auf den Weg gebracht hat, einen Teil dazu beigetragen hat, dass der Aktienmarkt korrigiert ist. Der Gedanke ist übrigens nicht so fern, diesbezüglich schon einige Andeutungen gemacht hat, aber kommen wir zurück zu dem Gedanken, dass wir aktuell, jetzt ist diese Wahrscheinlichkeit hier leicht gestiegen, gestern lag sie noch bei, sehen wir es hier, vor einer Woche waren es ungefähr 71%, aber sie liegt unterhalb der 75er-Marke, also 12 von 16 stimmberechtigten FED-Mitgliedern sehen die FED mit einem vierten Zinsschritt im Dezember, der Terminmarkt sieht aktuell eine reduzierte Chance und das kann, sollte eventuell darauf zurückzuführen sein, dass eben der Markt sagt, nun das, was wir an Turbulenzen gerade sehen, im Aktienbereich, könnte die FED dazu veranlassen, genau diesen Zinsschritt nicht auf den Weg zu bringen, auch wenn es nur eine kleine Wahrscheinlichkeit ist, aber sie ist gegeben und das ist natürlich jetzt ganz interessant, weil jeglicher schwache Datensatz, also sprich, wenn die Non-Farm-Payrolls wirklich unter der Erwartung veröffentlichen würden oder die durchschnittlichen Stundenlöhne, die Erwartungshaltung des Marktes nicht erfüllen können, jeder Datensatz, der in diese Richtung veröffentlicht wird, ist in der Lage, diese Spekulationen zu schüren und dieses Schüren der Spekulationen und ein Fallen dieser Spekulationen vielleicht sogar in einem Bereich um 50,50, also das setzt wie gesagt voraus, dass die Non-Farm-Payrolls wirklich schwächer veröffentlicht werden oder sämtliche Datensätze aus den USA, wäre aber durchaus in der Lage, hier Sorgen zu schüren, dass die FED von solch einem Zinsschritt absehen könnte, das hätte nicht nur relativ katastrophale Folgen für den Dollar, der infolgedessen sehr stark unter Druck geraten dürfte, da reden wir auch nicht mehr von der 114, 114,50 im Dollar-Yen, sondern eher von der 110 in meiner Meinung nach, kurzfristig mindestens, sondern es könnte auch sein, dass ein schwacher Datensatz vom Arbeitsmarkt nochmal stärkere Volatilität für den Aktienmarkt nach sich zieht, denn da würden natürlich nicht Zinssorgen geschürt werden, sondern da würden Sorgen über die grundsätzliche Stabilität der US-Wirtschaft dann plötzlich aufkeimen, wir erinnern uns dran, wir haben vor einigen Monaten schon bereits mal einen relativ stark abflachen Zinsstrukturkurve in den USA gesehen und diese abflachende Strukturkurve beziehungsweise die Möglichkeit zu einem Invertieren dieser, also sprich, dass kurzfristige Anleihen einen höheren Zins auswerfen, als es längerfristige tun. Das ist in der Vergangenheit ein Indiz dafür gewesen, dass wir kurz vor dem Abdrift in einer Rezession standen. Das ist auch relativ einfach erklärbar, der kurzfristige Zins orientiert sich primär an dem Ausblick des Zinsausblickes der FED und desto aggressiver die an der Zinsschraube drehen, desto stärker steigt kurzfristig der Zins, um beispielsweise ein Überhitzen der Wirtschaft eben einzudämmen, die Wahrscheinlichkeit, ein zu starkes Anziehen der Inflation, aber dann kommt nämlich die Kehrseite, ein zu aggressiv anziehender Zins dämmt eben auch das kurzfristige Wirtschaftswachstum, was dann auch längerfristige Auswirkungen hat und sorgt dafür, dass langfristig die Zinsen fallen, weil dort der Markt eher ein moderateres bis schwaches Wirtschaftswachstum erwartet und so kommt diese Invertierung dann der Zinsstrukturkurve zustande und dieses Invertieren, wie gesagt, deutet dann längerfristig auf eine Rezession hin, so in dem Moment, wo die Non-Farm-Payrolls jetzt enttäuschen, auch wenn es nur ein Datensatz ist und das ist eigentlich nur einer von vielen, besteht aber diese Gefahr verstärkt und das könnte sein, dass diese Angst, diese Sorgen auf den dann auch Aktienmarkt durchschlagen und dann ein schwacher Datensatz, die Non-Farm-Payrolls irgendwie stärker unter Druck, äh, die den S&P nochmal stärker unter Druck bringt, Dow Jones, also den US-Aktienmarkt generell. Ja, jetzt merke ich gerade selber, das ist ein unglaublicher Spall an Informationen, den ich hier gerade über euch ausschütte, ich hoffe, dass das nicht zu dramatisch ist, falls Fragen sein sollten, wie gesagt, fühlt euch frei, bitte diese Fragen zu stellen, also falls jetzt irgendwas sein sollte, wo ihr sagt, das würde ich schon gerne mal nochmal näher erklärt haben, erläutert haben. Während ihr euch diese Gedanken zu den Fragen macht, switchen wir ganz kurz mal zu der Webseite vom Buch, die ich ja gerade versprochen hatte, jetzt haben wir ein folgendes Problem, wir haben leider kein Trade, basierend auf dieser Strategie, aber ich hatte initial versprochen, dass wir nochmal kurz einen Blick darauf werfen, wie diese Webseite und auch dieser Monte Carlo Simulator hier auf eine Handelsstrategie angewendet werden kann. Dann klickt man hier oben einfach auf den Monte Carlo Simulator, dann sieht man, man kann diverse Input-Parameter reinstecken, also Startkapital, wir gehen mal von 10.000 Euro aus, wir simulieren hier 500 Trades, wir haben eine Gewinnchance und da arbeiten wir jetzt mit einer Kennzahl aus einem Backtest-Resultat, die liegt bei 42%, normalerweise liegen diese Open Range Trefferquoten so im Bereich zwischen 45 bis 48%, Phasen, wo es recht gut läuft, sind es 48%, gehen manchmal sogar in Bereiche in die 50%, dann aber, wie gibt es auch Phasen, in denen es eben nicht so solide läuft, da sind es dann eben 45%, vielleicht sogar weniger, das Interessante ist, das ist Backtest-Resultat, welches, ich rede von Backtest-Resultat, da sollte ich vielleicht meine Grafik zeigen, kurz einen Augenblick, jetzt muss ich ihn mal kurz rausholen, so, hier müsste es sein, einen Augenblick, ja, ich mache noch kurz eine zweite Folie auf, hier eine Folie, die ich in dem Webinar, in der Webinarserie hier hatte, so, wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es, mal kurz eine Bildschirm- Präsentation, klick, so, das ist das Backtest-Resultat gewesen, also man sieht, das Webinar war aus dem Juli, das ist schon ein paar Monate her, aber, das war das Ergebnis, was eben für einen Zeitraum von ungefähr einem Jahr generiert worden ist, es geht auch tatsächlich nicht darum, also, ich bin zum Beispiel bei einem Jahr, da haben wir zwar immer noch über 200 Trades, da sieht man hier die Anzahl der Trades, aber ich denke, dass es sinnvoller ist, das über einen Zeitraum zu testen, der länger ist als ein Jahr, auch wenn das eine kurzfristige Handelsstrategie ist, also fünf Jahre Backtest-Resultat werden da eigentlich schon angebrachter, und, gut, also, zurück zur Trefferquote, die sind in diesem Zeitintervall nicht besonders gut, wir haben hier 41,8%, also aufgerundet 42%, mal zu unseren Gunsten, eine Trefferquote gehabt, nichtsdestotrotz war das Ergebnis dennoch positiv, und das wurde begünstigt durch ein sehr, sehr positives Pay-Off-Ratio, das ist das Verhältnis durchschnittlicher Gewinner zu durchschnittlichen Verlusten gewesen, was bei 1,57 zu 1 lag, also durchschnittlicher Gewinn, sieht man hier, 157,07 Euro, und der durchschnittliche Verlust-Trade lag bei 99,70 Euro, und, wenn man das ins Verhältnis setzt, dann sind wir bei 1,57 zu 1, die man übrigens dann auch hier eingeben kann, das ist 1,6, das sind 1,57 zu 1. So, Simulationsdurchläufe sind die verschiedenen Kurven, die man sich anzeigen kann, wir lassen das Risiko per Trade mal bei einem Prozent, das gibt eine ganz interessante Möglichkeit, auch Rückschlüsse daraus zu ziehen, und dann können wir eine Simulation starten, und dann sieht das so aus, dass man eben verschiedene Kapitalkurven ausgehend von diesen Input-Parametern, wohlgemerkt der Vergangenheit natürlich, also das Ziel ist es, diese zu stabilisieren dann in Zukunft, dann eben hier entsprechende Kapitalkurven generiert hat. In weiß sieht man dann übrigens, das ist die dicke mittlere Linie da, das ist die Durchschnitts-Performance, und das, was eben jetzt ganz interessant ist in diesem Zusammenhang ist, ist, dass man hier verschiedene Aussagen treffen, oder getroffen bekommt, durch diese Simulation zum Beispiel, hinsichtlich des größten maximalen Drawdowns, oder auch der maximalen Anzahl folgender Gewinner, maximaler Anzahl folgender Verlierer, das Interessante ist jetzt, dass man diese Zahlen natürlich erstmal so einordnen kann, und dann auch die zu Analysezwecken sehr, sehr schön nutzen kann, also zum Beispiel, wenn wir uns die Anzahl maximal folgender Gewinner, beziehungsweise ganz besonders maximal folgender Verlusttrates anschauen, da sehen wir, da kommt hier eine 14 raus, das ändert sich übrigens in jedem Moment, wo ich hier nochmal auf die Simulation starten, klicke, also da gibt es mal bessere Läufe, und man gucken vielleicht auf einen schlechteren, 14, 15, da haben wir über 16 Verlierer, also man sieht, das kann sein, es gibt Felder, in denen es einfach sehr gut funktioniert, es gibt aber eben auch Performances, wo dann eben die Anzahl durchschnittlicher Verluste steigt, und wo es auch mal ein negatives Ergebnis gibt, trotz eines Zeitraums hier von 500 Trades, die angeschaut werden, wo wir von 200, äh entschuldigung, von 200, von zwei Handels, Jahren sprechen sogar, gut, aber, also, wir nutzen das zu Analysezwecken, zum einen, wenn wir jetzt hier zum Beispiel uns das mal anschauen, dann sehen wir, die aufeinanderfolgende Gewinn Trades, auch das gibt ja so ein Backtest Resultat hier, im Metatrader Ausbild, Strategy Tester, Maximum Gewinn, Maximum Verlust, da stehen wir bei jeweils 5,5, also das heißt, etwas anders formuliert, offensichtlich ist dieses Backtest Zeitfenster hier, was wir uns angeschaut haben, für diesen Ansatz sehr günstig verlaufen, denn nur 5 Verlusttrades in Folge ist ja jetzt nicht unbedingt das, was man hier, was man hier dann sieht, natürlich kann man jetzt sagen, aber Moment einmal, wir haben jetzt auch zwei Jahre uns betrachtet, unterm Strich ist es aber so, dass selbst dann, wenn ich jetzt hier 2,25 eingehe, und sell that trades, selbst dann eine Verdoppelung, beim ersten Simulationslauf erzielt werden kann, und das bedeutet also, das ist zum Beispiel ein sehr günstiges Zeitfenster gewesen, das heißt, unser Optimismus, der sollte sich in Grenzen halten, das ist ein profitabler Ansatz, besonders wenn ich diese Parameter stabilisieren kann, profitabel bedeutet, wir traden mit einem positiven Erwartungswert, nichtsdestotrotz ist das dennoch etwas, wo wir ein bisschen Vorsicht walten lassen sollten, und jetzt kommen die interessanten Rückschlüsse, das ist erstmal die reine Analyse, die wir aber auch aus mentaler Perspektive dann mit einfließen lassen können, zum einen ist es möglich, mit dem größten Drawdown zum Beispiel, hier auch unsere persönliche Risikoneigung mit einfließen zu lassen, also zum Beispiel, wenn wir bei einem Prozent Risiko maximal ein Drawdown von 34,6 Prozent haben, dann ist das schon ziemlich viel, und auch für, ganz besonders, für professionelle Trader, und zwar nicht nur jene, die Geld mit dem Trading verdienen, um damit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, sondern auch für zum Beispiel Vermögensverwalter. Es gibt sicherlich Handelsansätze, wo derjenige, welcher Investor sich ganz von sich aus bereit erklärt, mit solchen Kapitalrücksetzern, Drawdowns, eben sich zu arrangieren und zu sagen, ja, das ist aber in Ordnung, der Ansatz ins Grundsätzlich macht Sinn und ist profitabel auf langfristige Sicht, und ich habe diese Geduld, das auszusitzen. Nichtsdestotrotz muss man eben doch ganz klar sagen, eigentlich, und das ist auch etwas, was ich in meinem eigenen Trading anstrebe, arbeite ich hier mit maximalen Drawdowns von 10 bis 15 Prozent. Wenn ich jetzt bei diesem Handelsansatz einem Prozent Risiko eben einen Drawdown habe, der signifikant oberhalb dieser Schwelle von 10, 15 Prozent liegt, dann habe ich eigentlich nur eine Möglichkeit, ich muss das Risiko entsprechend reduzieren. Würde zum Beispiel dann jetzt hier haben, ich sagen, ich habiere das, ich arbeite nur mit einem halben Prozent. Das ist übrigens ja auch nur eine Strategie, auch selbst da sieht man aber, das ist natürlich jetzt sehr günstig, es sind trotzdem noch 24 Prozent Risiko, äh, 24 Prozent maximaler Drawdown. Also das bedeutet, man hat hier in der Tat eine Möglichkeit, eine relativ gute Sensibilisierung zum Einfühl des Thema Risiko schon zu erhalten, was aber zum Beispiel auch ganz wichtig ist, ist die mentale Stabilität, die einem das verleiht. Also was bedeutet das? Nun, auch wenn das alles eine Simulation ist und das eine Erwartungshaltung natürlich suggeriert, oder eine Erwartung suggeriert, wo man beim Trading vorsichtig mit sein sollte, denn aus Erwartung erwächst meistens auch wirklich negative Emotionen hinsichtlich Enttäuschung, wenn die Erwartung nicht erfüllt wird. Dennoch ist es aber so, dass ich dadurch eine Stabilität in meinem Trading erreichen kann, aus mentaler Perspektive, weil ich in der Lage bin zu sehen, na was kann ich denn erwarten, was darf ich denn erwarten, wenn ich es wirklich schaffe, hier Trefferquote und Payoff Ratio und dergleichen zu stabilisieren. Was darf ich denn erwarten, und das sich langfristig dort ergeben könnte und wenn man das eben jetzt hier berücksichtigt, dann ist es eben entsprechend so, dass das erklärt, wieso Psychologie im Trading offensichtlich so wichtig ist und vor allem, wie man da an dieser Stellschraube Psychologie, mentale Stabilität wirklich arbeiten kann, wie man dann wirklich mit konkreten Zahlen arbeiten kann. Der Kreis schließt sich in jenem Moment, wo natürlich klar wird, ich kann natürlich hier rumspielen und irgendwelche Zahlen eingeben, aber sie sollten sich doch schon an dem orientieren, was ich in der Realität ertradet habe, womit ich eben gearbeitet habe in der Vergangenheit. Sie sollten auf einem Resultat, auf einem Backtest eventuell dann basieren, einer Strategie, die ich plane, auch im Markt umzusetzen. Und das setzt natürlich voraus, dass ich erstmal solch eine Strategie wirklich formuliere und nicht einfach nur Freestyle in den Markt gehe und sage, ich gehe jetzt mal Long oder ich gehe jetzt mal Short, sondern ich habe wirklich konkrete Zahlen über einen längeren Zeitraum, wo ich eben eine Vielzahl von Trades habe durchlaufen lassen, mittels welcher es mir jetzt möglich ist, solche Simulationen zu erstellen, die dann offensichtlich wesentliche Auswirkungen auf die mentale Stabilität eben meines Handelns generell haben. Und das sieht man dann auch, das ist eine der Kernthesen des Buchs, es ist so, dass ich das Fundament profitablen Tradings vorstelle, also sprich, die Säulen, drei Säulen profitablen Tradings vorstelle, Risikomanagement, Trading, Psychologie und Handeln einer profitablen Handelsstrategie, wo man aber relativ zügig erkennt, dass sie offensichtlich sehr stark miteinander verwoben sind und eben sehr stark miteinander interagieren. Ja, in der Tat. Ich höre die Kritik zwischen den Zeilen, das ist Live Trading, also wer, das ist übrigens auch etwas, das steht schon im Vorwort des Buches übrigens, wer Action sucht im Trading, der ist beim Trading nicht richtig aufgehoben. Ja, also das sage ich wirklich in aller Härte und das meine ich auch wirklich so. Trading sollte unfassbar langweilig sein. Ich habe einen Trade und fertig. Ja, ich habe einen Trade, der läuft hier und der läuft ja jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so optimal, weil tatsächlich doch der Markt ist oder der DAX Schwierigkeiten hat dann auf der Oberseite weiteres Momentum aufzunehmen. Der Trade, der ursprünglich eingegeben war, die Order, das sieht man ja hier aus dem Journal, da habe ich diese Order jetzt gerade eben gelöscht. Das war ausgehend von einem Open Range Ansatz, die ist nicht getriggert worden und ich bin jetzt dann jemand, der sagt, na so ist es dann halt. Ja, also ich bin jetzt hier nicht in der Lage, irgendwie die Kursbewegung in irgendeiner Form verherzt zu sagen oder beziehungsweise jetzt dann zu sagen, ja gut, aber es ist ja Live Trading, dann gehe ich jetzt einfach mal long oder gehe ich jetzt einfach mal short, sondern ich habe meine Strategien, mit denen ich eben den Markt in Anführungsstrichen attackiere, so nennen wir es mal und wenn diese Strategie nicht getriggert wird, dann kann ich eben keinen Trade absetzen, funktioniert nicht. Also das heißt im Endeffekt, dass dann eben Geduld ist, gegeben ist und dass ich dann eben schauen muss, dass ich eine andere Möglichkeit früher da spiele, dass ich vielleicht eventuell eine Möglichkeit ergibt, so muss man das da formulieren. Ja, ja, also an der Stelle möchte ich natürlich gerne auch was dazu sagen, das Webinar heißt Money Meeting und Live Trading, das heißt, dass wir hier nicht nur Live Trading propagieren und du hast ja tatsächlich auch wie du gerade gesagt hast, schon einen Ansatz gezeigt, wurde dich getriggert und alles andere ist eben dann die Betrachtung der fundamentalen Seite und natürlich auch die Charts, also insofern, ist die Kritik glaube ich nicht hier korrekt. Übrigens, ich schaue jetzt gerade auf die Uhr, ich glaube, wir sind auch nahe am Ende angekommen. Ja, ich wollte noch ergänzen, vorhin kamen auch die Arbeitslosenzahlen beziehungsweise Veränderungen der Arbeitslosigkeit in Deutschland, minus 12.000 wurden erwartet und tatsächlich waren es minus 11.000. Ah ja, okay. Ja, hilft leider dem Feld nicht weiter, leider sehe ich. Leider nicht an der Stelle. Ja, aber tatsächlich haben wir jetzt auch schon 10 Uhr, ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen. Ich bin tatsächlich fertig, also das wäre jetzt so, das war meinerseits, ich habe nicht mehr, also das heißt, ich bin tatsächlich punktgenau mehr oder minder fertig geworden, immer Ausführungen. Okay, vielen Dank, also auch wie beim ersten Mal wirklich sehr schöne Ausführungen, viele Informationen, danke dafür und wir haben ja noch im November zwei Termine, darauf freue ich mich aber auch und danke aber natürlich auch an die Teilnehmer für die Fragen, aber natürlich auch Kritik, Feedback ist immer willkommen, so ist das ja nicht und die Aufzeichnung wird dann entsprechend demnächst, ich denke mal, heute noch online kommen oder morgen und dann können Sie das Ganze nochmal nacharbeiten, sind ja immer viele Informationen, die der Jens uns mitgibt und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, passen Sie auf Ihre Positionen auf, freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind und Jens, vielen Dank natürlich nochmal, ja, ich weiß, wenn ich jetzt sage, du hast das Schlusswort, dann sagst du auf Wiedersehen, das ist richtig, deswegen sage ich auch auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal, tschüss zusammen, bis dann, ciao, ciao, Bis zum nächsten Mal. ZD-Trippe Bis zum nächsten Mal.